Das, was wir von den Eulen geschenkt bekommen haben, war keine Ausrüstung, sondern einfach ein Outfit. Aber es sieht ein bisschen besser aus als das grüne. Mit einem schwarzen Mitternachtskampftracht. Nehmbar. Aber es ist nicht für alle, oder? Nee. Sehr gut. Dann wollen wir mal weiter. Also die Leute, die wir in Messia gesehen haben, waren Schnecke-Eis. Und in deinem Grupp, die sie kämpfen, sind... Die Silber-Sworden. Da geht's... Den Wohin. Gehen wir mal hin. Schon wieder so ein Ankerplatz. Da muss man doch irgendwann auch später was machen können, oder? Das ist jetzt schon der zweite. Hm. Später bestimmt. Da sind wir da... Oder warte mal, hier ist die Höhle. Bin ich gerade verwirrt. Herrscher, ich bin nicht okay. Oh mein, oh mein, oh mein, oh mein. Dann ist das hier auch nochmal ein anderer Weg, weil ich glaube, das ist die Höhle, wo wir rein müssen. Und für ein paar gute Weapon-Crafting-Material. Und für ein paar Tage. Und für ein paar Tage. Das ist echt. Und zwar ist die Höhle. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Well, Zoogl took a bite out of two of our guys, but what matters is you're safe. So, you gonna introduce me? Meet Alphen and Shion. I brought them with me from Calaglia. You mean you made it to Calaglia? Wait, this is it? Just the two of them? Where's the rest? Well, it's kind of a long story. It's best if I fill everyone in at once. Your call, Rinwell. But everyone will be dying to know. We better get back as soon as we can. Use this passage whenever you need to go in or out of the city. Stay away from the front gate. Whatever you do. Okay, dann gehen wir aber jetzt hier erstmal noch nicht hin, sondern erstmal hier runter. Schauen uns hier ein bisschen um. Was ist hier so... Oh, tolles Gip. No choice. Dan confiscated. You're mine. Slash. It's over. Rising driver. Blue escape. You're on. Now. Take this. I'm out. You're finished. I'm all trapped. Lightning. We got fire. I got it. Let a marksman have it. Let a marksman have it. Here we go. All yours. Rising driver. You're quite the gunslinger. I have to be in this world. Don't worry. I've got your back. Einäscherungswelle. Eine verborgenes Art ist, das den Verstand schärft. Bevor ein kräftiger Schwertieb ausgelöst wird. Okay. Hier ist auch bestimmt so ein Riesenzeugel irgendwo. Hier ist auch bestimmt so ein Riesenzeugel irgendwo. Aber warte erstmal eins nach dem anderen. Erstmal klappern wir hier alles. Da sind nochmal so Berserker. Nein, der Falsche. Mist. Okay. Er wurde auch noch getroffen. Er wurde auch noch getroffen. Denn hier. Hä? Oh. Schneideemblem. Ein Emblem, das Ausdauer erhöht. Wird oft von Soldaten getragen. Die wichtige Stellung bewachen und von Kämpfen im Verteidigungskämpfen. Oh. Okay. Die Resistenz geht sehr, sehr weit hoch. Oh. Der kam aber überraschend jetzt. Was ein Assi. Was? Da hat er sich angeschlichen. Where are you going? Here's left. You are in tiptop. You are in tiptop. Soon as I'm down here, come help out. Okay. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more power. Cut them apart, you're high. This ends now. Consider yourself fitting. See you continue on in that game. Uh, yes, my lady. Something you wanted to say? Aber auch kein Gegner mehr. Kein Gegner mehr. Salbei. Jetzt sind wir gleich einmal rum. Dann können wir jetzt auch hier reingehen. Was ist denn das? Ey. Wolf. Wolfsschwanz. Okay. Aber dann will ich jetzt gar nicht durch die Höhle gehen. Dann gehen wir doch den anderen Weg da hoch. Aber haben wir schon wieder viel gesehen. So, dann müssen wir erstmal hier hin wieder. Ah, doch. Das ist die Stadt. Okay. Ab durch die Mitte. Nein. Oh, oh. Die unsichtbare Wand hat uns aufgehalten. Oh, 243. Oh, come on, come on. Come on, come on. One minute time. Back in to the way. One. Demon Fang. Here's a rising river. Here. Now I can let loose. Here I come. There. You're finished. Here go. This is barely target practice. Then why bother fighting them? Because I certainly won't run away from a battle. Hmm. Das sieht aber cool da aus. Vor allen Dingen die Farbpalette gefällt mir sehr. How do the Renans not know about this secret route of yours? Sislo den's an old city. It's littered with pathways that people have long forgotten. But keep your voice down. We don't know how long this route will stay hidden. Oh. Melch. Oh, okay. Das ging ja einfach. Vielleicht gibt es hier wieder ein paar Nebenquests. Na, 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 na. Die Musik erinnert mich ein bisschen an Final Fantasy VIII. Warte, hier muss irgendwo eine Eule sein. Wo. Wo? So this is Sislo den. Capital city of Sislo den. Be careful. You never know where Snake eyes or their informants are lurking. We are basically walking into a zoo goals den here. Äh... Hm... There's Shotsin. On a permit basis. As long as people don't get reported on and sent to work the floodlights, economic activity is allowed here. All this talk about reports and permits... This place really is different from Calaglia. Huh? Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Also muss ja irgendwann... Warte mal hier irgendwo. Ha, ha! Ha? Ich fühle mich verarscht! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Also es kommt von den... Wenn ich hier stehe, wenn ich so hier stehe... Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Hm? Du sagst, wir sollten den Oel-Forest checken? Ja. Oel-Forest checken... We ho, ha! Ha, ha! Rinnwell! Dragan! Shh! Es ist gut zu sehen. Wer ist das? Da mit mir. Wenn du so sagst. Komm, Menek ist es. Wir können dort sprechen sprechen. Der Name ist Menek, Leader of the Silver Swords. And I wish I could extend my warmest welcome to you all, but... If my eyes don't deceive me, you appear to have a Renan in your midst. If she is your prisoner, that's a rather loose leash you have her on. She's not a prisoner. So why do I get the feeling there's a rat about the house? No offense intended. See? I've grown comfortable with the likely outcome I'll be stabbed in the back. But stabbed in the front? We risked our lives just to get here, sir. If you want to send her away fine. But you'll lose me too. I see. Trust is in about a short supply as light around these parts. And mine more than anyone's. But... I'll choose to believe you. Forgive my manners. You must be tired after such an arduous journey. But to business. We need your strength. The Snake Eye's grip on the city tightens by the day. Our people are suffocating out there. Hence the scouts I sent to find help. We're at the end of our tether here. That's why we're here. To help. We've got the firepower to do it, too. But first, we've got some urgent business to take care of. I see. So your leader is in need of rescuing. It's none of your concern. We get that. But... It's coming to our aid that got you into this mess in the first place. You can count on us. Just as long as you help us with our problem afterwards. If he's been arrested by the Snake Eyes, as you say, then there's a good chance he's being interrogated over at their headquarters. Either that, or he's being put to work over at the Floodlights. First priority is finding out where he is. If you're planning on tagging along, Brinwell will show you the way. Just make sure to keep a low profile. We don't fall off with such a firepower. It's not just the Snake Eyes. Hostiles lurk among the villagers, too. This leader of yours. He must be quite the inspiration for you to go to such lengths for him. I look forward to meeting him someday. I see you on the next level. Okay. I see you on the next level. Okay. All right. Let's head into town and see what the fuss is. Looks like we get to sleep with a roof. Oh, hier kann man irgendwo rasten. Da, okay. Ich will eigentlich gerade nichts kochen, weil so viele Zutaten haben wir bis jetzt noch nicht. Aha. Immer noch nichts Neues. Oh. Komm, dann wird es auch mal ein bisschen stärker. Komm. Die Waffe sieht auch cool aus. Ich kann hier gar nicht springen. Fällt mir gerade mal so auf. Auch nicht rennen. Oh mein Gott. Oh, hier ist eine Nebenquest. Hier sind keine neuen dazugekommen, okay. Hier scheinen keine zu sein. Da. Da kommt auch eine Schnellreise. Da gehen wir mal dahin. Es ist immer gut, dass wir zurück in familiärer Territory sind. Hm? Hm? Hm. 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 Wir haben jetzt noch nicht. Sie treiben sich nur am Eingang herum. Warum hast du vor, für Abhilfe zu sorgen? Hm. Ich weiß. Es ist eine große Bitte, aber... Schon gut. Wir kümmern uns um sie. Wir können uns nicht leisten, es zu ignorieren. Vielen Dank. Aber passt gut auf euch auf. Da wimmelt es nur so vor garstigen Zeugels. Alles klar. Gewisse begonnen. Zeugel töten. Meine beste... Darin bin ich versiert. Aber wir gucken uns erstmal noch ein bisschen die Stadt an. Da waren ja mehrere Wege, die gehen wir jetzt erstmal. So that's where those beams of light have been coming from. Right. Any Danans accused of dissent against the Slodia's lord are rounded up and brought here, then put to work. It's a fierce deterrent. And you think Zephyr might be in there with them? I want to see what the lights are all pointing towards. Take us there. Damn. You can see what the... Be careful. Oh. Everybody walking around looks so depressed. Can you blame them? They live under the cover of darkness day and night. It's bound to... What are you doing? Not to mention all the snake eyes roaming around. Laughing, talking too loud or just about anything that makes you stand out can get you killed. This door is preserved. When they come, they are overhafte. What? I'm going to go through. Toll, hier ist ja gar nichts. Aber es sieht cool aus, muss ich sagen. Es gefällt mir irgendwie. Der Artstyle hier. Zwar keine Items hier, aber hey. Ja, was ist denn? Ich habe Berichte erhalten, dass du dein Wohn- und Arbeitsquartier verlassen hast. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ähm, ich... Sieht schlecht aus. Nein, bitte. Wer kümmert sich dann um sie, wenn ich nicht mehr da bin? Um ihnen zu helfen? Nicht mein Problem. Dich hat auch niemand darum gebeten, sie überhaupt erst aufzunehmen. Komm mit. Das reicht schon aus, um abgeschoben zu werden? Das ist doch irre. Hier ist deine Belohnung. Wenn du andere Verdächtige findest, dann melde sie ebenfalls. Aber natürlich, vielen Dank. Weißt du, was du gerade getan hast? Hm? Elfen, nein. Die Frau, die du gerade verraten hast, kümmerte sich um Kinder ohne Eltern. Und? Was hat das mit mir zu tun? Wie kannst du... Hä? Meine Eltern wurden doch auch zum Flutlicht geschickt, weißt du? Sie kamen in einen erbärmlichen Zustand zurück. Sie schaffen es nicht, zu arbeiten und Essen zu besorgen. Also muss ich alles tun, was ich kann, um über die Runden zu kommen. Das heißt aber nicht, dass du einfach... Wer bist du? Dann fütter, füttere uns. Komm schon, besorg uns was zu essen. Ich warte, verdammt. Mann, ich hätte nicht so rumschreien sollen. Tut mir leid. Lass uns verschwinden, wir müssen ein Reich retten. Und Siphilis. Ach, Auge juckt. Auge. Auge juckt. Da geht's Richtung Main Quest. Hier geht's in eine Gasse rein. Da möchte ich rein. Da sehen wir jetzt gleich den alten, den wir die Erdsamen gegeben haben. Alkohol getrunken und endet wieder in der Gasse. Toll. Tolle Wurst. Ach, hier sind wir jetzt. Okay. Wow, 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 wow. Beinahe runtergefallen. Gehen wir mal kurz geradeaus noch. Also, das geradeaus. Harter Tobak hier. Ach, hier kommt man auch nicht durch. Oh. Okay, dann. Ja, hier sind doch die Gegner. Auf zu den Gegnern. Denn wir wollen die Nebenquest erledigt haben. Ja, dann wollen wir mal, ne? Was ist die Spots von der Trash? Hier sind die Umgebung der Läufer. Danz in der Wind. Ihr Auge. Der Räuber. Wir haben eine Räuberung. Wir haben eine. Wir haben keine Chance. Der Räuber. Schlag. Geh rein mit den anderen. Du bist der Räuber. Hier geht's. Ich weiß halt nicht, wann es sich lohnt, die Attacken mal auszuwechseln. Und ich weiß auch nicht, was es bringt, da die Sterne aufzubessern. Vielleicht soll ich es mir auch nachher nochmal durchlesen, eben wo. Vielleicht steht da was in den Tutorials oder so. Du hast mich von meiner Attacke abgehalten. Wow. Okay, aua. Jetzt habe ich mich aufgetauscht. Danke. Okay, das dauert irgendwie lange gerade. Ich glaube, ich habe es noch ein bisschen selbst ruiniert, als ich da zwei kassiert habe. Bleib hier. Renn nicht weg. Killer Gurken müssen hier auch noch sein. Okay, wo? Killer Gurken. Unten? Okay. Is that the Zoogle we're looking for? Dammit! Out of our way! Swallowblade! What? Stand in the way! 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 I'm only getting started! Do it! Stand in the way! Nein! Ich habe packard. Nein! Swallowblade! Swallowblade! My turn! Ha! Ha! Okay, das ging, äh, überraschend schnell. Nice. Oh, ihr seid's wieder. Wie lief es denn? Habt ihr die Zoogle beseitigt? Ja, wir haben sie mehr oder weniger aus dem Weg geräumt. Ihr solltet dort jetzt wieder lang gehen können. Gotcha! Sehr gut, das erleichtert mich enorm. Danke, dass du dich darum gekümmert hast, guter Mann. Ich werde mich dort mal umsehen. Ich wünsche euch allen eine sichere Reise. Oh! Ja! Ist wieder eine halbe Stunde vergangen, so wie die letzte Folge, glaube ich, ungefähr. Aber es passt wieder perfekt. In der nächsten Folge gehen wir dann... Ich guck mal ganz kurz. Hier ist keine Nebenquest. Keine Nebenquest. Keine neuen Nebenquests. Ähm... Dann werden wir dann in der nächsten Folge mal endlich unseren kleinen Anführer retten. Wir können ja schon mal... ...uns dahin begeben. Und geht's in der nächsten... ...Folge mal da rein. Und dann schauen wir mal... ...wie die Geschichte weitergeht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ihr... ...liked erlassen, würde mich freuen. Ansonsten macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.